ich habe ja geraubt und die den genommen ja aber kein cluster wenn ich mich ausnehmen dann hole ich den letzten von dahinten noch mal seitdem mir fällt ihm noch einer aus jetzt hier noch ein Stück weiter jetzt hier wieder zurück und dann komme ich hinter hier hier Ich reite hier irgendwann zu irgendeinem Punkt, wo ich was machen kann. Ich reite jetzt aber viel zu hoch. Ich reite da nochmal rein und der kriegt dann hier 1 zu viel. Gut. Du vielleicht? Mit? Gut. Hier rein. Und das bringt auch nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja. 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 gut wieder und weiter mein name ist krisi ich spiele gern und weiß noch nicht was ich mit dem spiel anfangen soll also abgesehen davon dass die ok rätsel sind ich bin ja keine kerzen haben er kann ich jetzt halt mal dann genau entschlüssel es ist geil erreicht das klingt nicht gut mein speicher kommt der jetzt ist ein checkpoint ich dachte ich könnte ihn drehen deswegen checkpoint erreicht mein onkel ist wahrscheinlich anscheinend nicht so der familienfreundlichste nochmal lassen also fallen ein zebra ein elefant ich komme jetzt rein Wir nicht raus, oder was? Was soll das? Hier sind Fallen, da sind Fallen, ich komme hier links, längs. Was soll das? 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 Ich finde es, die fangen hier nicht ausgelöst an. Die lösen aus. Bin ich das irgendwo ran, oder muss ich jetzt ausprobieren? Ich gucke in die Richtung. Ich probiere das jetzt einfach aus. Mir egal. Okay. Jetzt in die Richtung. Wenn hier, weiß ich es nicht. Ich schätze mal hier. Hallo. Wieder komplett von vorne. Und wieso ist das ein Schwimmbecken in dem Bild? Gut. Hallo. Ich gehe hier durch. Nicht passiert. Ich zeige hier nach rechts. Ich gehe da nicht. Ja. Nee, hier noch nicht. Ich bin Sitz drin. Ich bin im Becken. Ich sehe da nichts passiert. Links. Nach links. Die Zeit nach rechts. Ich gehe hier durch. Wieder nach rechts. Ich gehe da wieder. Ich gehe rechts rum. Uh. Ich gehe raus. Ich sehe kein Wasser. Hier. Ich gehe raus. Ich sehe kein Wasser. Nochmal eine komplette Strecke. An hier links habe ich noch Taschenlampen, äh Batterien. Egal. 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 Nein, nein, nein. So, ja. Hier waren die Batterien, die fälschen will ich. So, links rum, Flieg folgen, Hand folgen, Hand folgen. Irgendwie rechts rum rennen. So, ja. 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 So, ja, die Leidung ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020